Im letzten Beitrag haben wir davon gesprochen, wie Petrus gefangen genommen worden war und auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis entkam. Heute lesen wir weiter aus Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 19 bis 24 nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Da heißt es Vers 19 aus Apostelgeschichte 12, Herodes ließ überall nach Petrus suchen, aber vergeblich. Er ließ die Wachen verhören und hinrichten. Herodes verließ nun Jerusalem, um einige Zeit in Caesarea zu bleiben. Die Bewohner von Tyros und Sidon hatten seinen Zorn auf sich gezogen. Deshalb schickten sie eine Abordnung zu ihm, um ihn wieder zu versöhnen. Sie waren nämlich für ihre Lebensmittelversorgung auf Lieferungen aus seinem Gebiet angewiesen. Sie gewannen den Palastverwalter Blastus dafür, dass er beim König ein Wort für sie einlegte. Und Herodes bestimmte einen Tag, an dem er die Sache entscheiden wollte. Er legte seine königlichen Gewänder an, nahm auf der Tribüne Platz und hielt vor ihnen eine große Rede. Das Volk aber rief, so redet ein Gott, nicht ein Mensch. Im selben Augenblick schlug ihn der Engel des Herrn, weil er sich als einen Gott feiern ließ, anstatt dem wahren Gott die Ehre zu geben. Der König wurde von Würmern gefressen und starb. Aber immer mehr Menschen nahmen die Botschaft Gottes an. Heute möchte ich besonders über diesen Herodes ein wenig mehr erzählen und nicht nur über ihn, sondern über seine Verwandtschaft oder seine Namensvetter, damit wir ein klein wenig mehr Eindruck in diese regierenden Leute von damals bekommen. Der Name Herodes ist sicher vielen noch bekannt, hauptsächlich aus der Bibel. Da wird bei der Geburt Jesu ein Mann dieses Namens erwähnt und auch später lesen wir noch einmal von Herodes in der Apostelgeschichte. Eigentlich jedoch gibt es drei Männer mit diesem Namen Herodes. Der erste war der sogenannte Herodes der Große. Er war der Sohn Antipathas, den der römische Kaiser Pompejus als Stadthalter über Judäa und andere Landesteile eingesetzt hatte. Dieser Herodes lebte vor Jesu Geburt. Das heißt, er wurde im Jahr 47 v. Chr. vom Kaiser Cäsar als Prokurator eingesetzt. Er war ein grausamer, aber schlauer Herrscher, der sehr misstrauisch war. In den letzten Jahren seiner Regierung, als er schon nah an die 70 Jahre alt war, wurde Jesus geboren. Als Herodes davon hörte, ließ er alle Kinder in Bethlehem umbringen, um zu vermeiden, dass Jesus der König der Juden werden könnte. Herodes der Große war ein Idumäer. Das heißt, er stammte eigentlich von dem Volk der Edomiter ab, die noch durch Abraham verwandt sind mit den Juden. Die Juden waren nicht sehr erfreut über diesen Herrscher, weil er aus einem Volk kam, das sie verachteten. Herodes wurde bekannt dadurch, dass er den Juden den Tempel aufbauen und verschönern ließ. Er baute also den Tempel, in dem später Jesus lehrte. So versuchte er, die Gunst und Anerkennung der Juden zu bekommen. Herodes starb dann etwa zwei Jahre nach Jesu Geburt, 70-jährig und wahnsinnig. Der zweite Herodes, der in der Bibel erwähnt wird, ist der Sohn des Ersten. Er heißt Herodes Antipas. Dies ist der Herodes, der Johannes den Täufer töten ließ und der der Hinrichtung Jesu zustimmte. Im Jahr 39, also nicht lange nach Jesu Tod, wurde dieser Herodes Antipas, der Erste, verbannt und er starb in Frankreich. Der dritte Herodes, von dem wir lesen, ist Herodes Agripa I. Er ist also ein Sohn des vorigen Herodes und ein Enkel Herodes des Großen. Die Herodeskönige waren also eine Dynastie, die bis ins Jahr 100 n. Chr. reichte. Natürlich waren sie keine Könige in dem Sinn, dass sie ihr eigenes Land regierten. Sie waren Beamte des römischen Kaisers. Was wir also eingangs gelesen haben, betrifft jetzt Herodes Agripa I. Wir können auch in etwa das Verhältnis zu den Juden verstehen. Herodes war eingesetzt vom römischen Kaiser. Israel war unter der Herrschaft Fremder. Herodes stammt aus einem kleinen Nachbarvolk, mit dem die Juden sowieso verfeindet waren. Außerdem war der Herrscher nicht sehr religiös und zum Teil verletzte er die religiösen Gefühle der Juden. Das machte es nicht immer leicht, sich regieren zu lassen und das machte es auch nicht leicht zu regieren. So kam auch die Zeit, wo Herodes Ausschau hielt, wie er den Juden einen Gefallen tun könnte, um sie wieder gefügiger zu machen. Das war alles etwa nur zehn Jahre nach dem Tod Jesu. Es war die Zeit, wo die Apostel in Jerusalem das Evangelium predigten und wo der erste Märtyrer Stephanus gesteinigt wurde. Zuerst wurden die Christen von den gesetzestrengen Juden verfolgt, dann aber auch von Herodes. Herodes ließ zuerst Jakobus hinrichten und als er merkte, dass er durch diese Tat die Sympathie der orthodoxen Juden gewinnen konnte, fuhr er fort, andere Apostel gefangen zu nehmen. Wir haben in der letzten Sendung an dieser Stelle die Gefangennahme und wunderbare Befreiung des Petrus gelesen. Für Herodes war die Christenverfolgung durchaus keine Glaubensfrage oder Sache der Überzeugung. Für ihn waren diese Leute nicht einmal schädlich oder sonst wie unerwünscht. Er verfolgte sie einfach aus taktischen Gründen. Er merkte, dass er dadurch die Zustimmung und Sympathie der meisten einflussreichen Juden gewinnen konnte. Diese Sympathie konnte er gut gebrauchen um seiner Position und eines leichteren Lebens willen. Andererseits war es für ihn kein Risiko, die Christen zu verfolgen. Die Christen begegneten ihm nicht mit Gewalt und Aufruhr, sie ließen sich alles schweigend gefallen. So brauchte er von ihnen nichts zu fürchten. Ob es recht war, was er tat, das interessierte ihn wenig. Hauptsache, er erreichte seine politischen Ziele. Nun kam es allerdings zu einer Unterbrechung der Christenverfolgungen durch eine Dienstreise des Herodes nach Tyros und Südern. Das sind zwei Städte an der Mittelmeerküste, etwa 40 Kilometer südlich von Beirut gelegen. Eigentlich gehörten diese Städte nicht mehr zu seinem direkten Herrschaftsbereich, sie waren aber doch abhängig von Herodes. Die Lebensmittelversorgung dieser Städte kam hauptsächlich aus dem Gebiet, wo Herodes herrschte. Jedenfalls hatten Südern und Tyros den Unwillen des Herodes auf sich geladen. Herodes hatte daraufhin die Nahrungsmittelzufuhr gestoppt. Jetzt mussten die Autoritäten dieser beiden Städte um Gnade und Verhandlungen bitten. Herodes hatte sich gerne überreden lassen, ihr Schuldbekenntnis anzunehmen und dort eine Rede zu halten. Diese Gelegenheit hat Herodes wohl richtig ausgenutzt, um sich ehren zu lassen. Es hat ihm wohl sehr geschmeichelt, dass Leben und Tod dieser Städte von ihm abhängen. So hielt er denn am vorherbestimmten Tag in großem Prunk eine Rede vor dem Volk von Tyros und Sidon. Um sich nun des Wohlwollens des Herrschers zu vergewissern, verbeugten sich die Hörer tief vor Herodes und überschütteten ihn mit den übertriebensten Lobeshymnen. Sie gingen sogar so weit, ihn einen Gott zu nennen. Das war aber ein Glanztag für Herodes und niemals hätte er geahnt, dass er noch an diesem selben Tag sterben sollte. Die Bibel sagt, noch während er sich als Gott feiern ließ, schlug ihn der Engel des Herrn, weil er sich die Ehre gefallen ließ, die nur Gott gebührt. Herodes wurde von Würmern gefressen und starb. Das war kein rühmliches Ende für einen, der sich als Gott fühlte. Offensichtlich hatte hier Gott selbst eingegriffen und diesem Leben ein vorzeitiges Ende bereitet. Herodes hatte gerade drei Jahre regiert. Herodes starb also nach seiner prachtvollen, prunkvollen Rede und wurde von Würmern gefressen. Wie können wir diesen Tod interpretieren? Wir alle verstehen, dass dieser plötzliche Tod des Herodes eine Strafe Gottes war. Einmal bestrafte Gott hier den Hochmut und den Dünkel dieses Mannes. Ich weiß nicht, ob wir jemals nach der schwersten Sünde fragen können. Alle Sünden sind im Grunde ungehorsam und Rebellion gegen Gott. Aber der Hochmut ist doch etwas Besonderes. Schon der erste Menschenparadies ließ sich verführen, weil er sein wollte wie Gott. Bis heute noch ist der Dünkel und Hochmut des Menschen die Ursache für alle Gottlosigkeit. Der Mensch greift nach der Stellung Gottes. Er möchte Gott von seiner Position stoßen und sich selbst dorthin setzen. Vielfach kommt mit zunehmendem Wissen und mit zunehmendem Fortschritt bei den Menschen die Überheblichkeit und er meint, er weiß schon mehr als Gott, er braucht Gott überhaupt nicht mehr. Hochmut ist ein altes und neues Problem des Menschen. Außerdem sagt Gott, dass er den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade geben wird. Für Gott ist es eine besondere Herausforderung, wenn sich jemand überhebt und er wird sich mit aller Strenge gegen solche Leute wenden und seine Macht an ihnen beweisen. So war der grausame, plötzliche Tod des Herodes eine Strafe Gottes für seinen Dünkel und Hochmut. Zweitens war der Tod des Herodes sicher auch eine Strafe für die Christenverfolgung. Hier setzte Gott sich für die Seinen ein und kämpfte gegen ihren Feind. Wo die Menschen selber nicht ihr Recht suchen und mit Gewalt erkämpfen, da hilft ihnen Gott. Viel zu wenig rechnen wir heute noch mit der Möglichkeit, dass Gott für uns eintreten und Recht schaffen kann. Wir meinen meistens, wir müssen uns selber unser Recht verschaffen. Natürlich greift Gott nicht immer so ein. Natürlich bringt er nicht gleich alle Ungerechten und Gottlosen um. Das ist auch gut so, sonst würden wir alle keine hohe Lebenserwartung haben und niemand hätte die Chance, gerettet zu werden und Vergebung für seine Sünden zu finden. Diese Zeit, wo Gott den Bösen mit dem Guten zusammenleben lässt, nennen wir die Gnadenzeit. Es ist unsere Gelegenheit, die Sünden zu erkennen und bei Gott Vergebung dafür zu erbitten. Durch den Tod Jesu am Kreuz können auch die größte Schuld getilgt und die übelsten Menschen gerettet werden. Herodes Agrippa I. war vielleicht nicht schlechter als seine Vorfahren. Aber Gott hat in sein Leben eingegriffen. Er hat seine Macht und Heiligkeit an diesem Mann demonstriert. Das war zum Segen für die, die Gott lieben. Aber wollen wir doch auch heute noch damit rechnen, dass so etwas geschehen kann, denn Gott ist heute noch derselbe wie damals. Wir beten. Herr, du allein bist Gott und dir allein gebührt alle Ehre. Vergib, wo wir uns über dich und dein Wort erhoben haben. Vergib uns auch, wo wir dir nicht vertraut haben und meinten, uns selber Recht schaffen zu müssen. Wir bitten auch heute wieder für die verfolgten Christen unter gottlosen Regierungen. Steh ihnen bei und hilf ihnen, ihr Vertrauen in dich nicht zu verlieren. Amen.